In Deutschland breitet sich leider eine chronische Die-da-oben-machen-doch-eh-was-sie-wollen-Stimmung aus. Immer mehr von uns ziehen sich zurück in die Mekka-Ecke. Das ist ja so. Was also tun? Okay, ein Mittel wären vielleicht neue Formen der Bürgerbeteiligung, mehr direkte Demokratie. Genau das ist wohl die Idee hinter dem Bürgerrat, der gerade vom Bundestag eingesetzt wurde. Gab's so noch nie. 160 Bürger beraten bis Ende Februar über das Thema Ernährung. Ausgerechnet Ernährung. Wer will uns denn noch alles vorschreiben, was wir zu futtern haben? Hier der Volksmund, mal vertreten durch einen vorbestraften Würstchenfabrikanten. Es geht weiter über diese Bevormundung, die wir alle haben. Sagen wir mal, das Heizungsgesetz ist total riskierbar. Welche Bevormundung weinst du jetzt genau? Welche Bevormundung weinst du jetzt genau? Wenn der Herr Özdemir mir vorschreiben will, dass ich kein Zucker mehr in Kaffee tun soll. Das hat er, glaube ich, nicht gesagt. Ja, das hat er selbstverständlich getan. Ja, also das habe ich nicht gelesen. Ja, natürlich. Ja, natürlich, natürlich. Özdemir persönlich kontrolliert jeden Morgen Ulis Tasse. Ja, natürlich. Als nächstes zwingen die Grünen den Hoeneß wahrscheinlich noch Steuern zu zahlen. Ja, wo leben wir denn? Wo leben wir denn? Gut, der Bürgerrat tut garantiert keinem was in den Kaffee. Stattdessen diskutieren sie da, beraten von Experten Themen wie Kennzeichnungspflicht für Lebensmittel, wichtig, oder Tierhaltung. Ja, Tierhaltung. Gerade in deutschen Ställen ist da durchaus noch Luft nach oben, beziehungsweise ganz wenig Luft. Wie werden denn die neuen Bürgerräte so gehalten? Ein großes Hotel hat die Bundestagspräsidentin anmieten lassen. Im Keller neben dem Parkhaus wird nun getagt. Hey, coole Location, oder? Ja, und die nächste Tagung findet dann neben dem Pfandautomaten im Penny statt. Die 160 Bürgerräte und Rätinnen werden per Losverfahren bestimmt. Und dabei wird wohl darauf geachtet, dass die den Querschnitt der Bevölkerung repräsentieren. Nach Geschlecht, Alter, Bildungsstand, Fleischesser, Vegetarier etc. Wenn wir das demnächst öfter so machen, dann kommt nach den Tagesthemen immer die Ziehung der Bürgerräte. 160 aus 83 Millionen. Also auch Gisela aus Erfurt ist mit dabei. Und unser Zusatzbürgerrat diese Woche, der Oliver aus Köln. Herzlichen Glückwunsch. Ach du Scheiße, passt mir überhaupt nicht. Experten meinen, solche gelosten Gremien könnten eine Lücke füllen zwischen klassischer Parteipolitik und Bürgerinitiativen. In Irland hat der sogenannte Citizens Assembly die Großkonflikte, Abtreibung und gleichgeschlechtliche Ehe erfolgreich entschärft. Nach dem Motto, mitmachen statt einfach nur wütend sein. Wobei, muss man dazu sagen, schon bei der ersten athenischen Volksversammlung, als quasi die Demokratie erfunden wurde, standen ja nur wenige Meter entfernt direkt die ersten geriechischen Wutbürger mit Periklismus wegschildern. Einer hatte sogar eine russische Farbe. Dabei gab es Russland da noch gar nicht. Es ist verrückt, verrückt. So, aber wie geht es jetzt weiter mit dem Bürgerrat Ernährung? Wenn die fertig sind mit Beraten, übergeben sie ihre Empfehlungen dem Deutschen Bundestag. Und die Politik kann dann im Prinzip damit machen, was sie will. Das ist alles völlig unverbindlich. Und sicher, klüger wäre auch was davon umzusetzen, damit das Ganze nicht als Pseudo-Bürgerbeteiligung endet. Tatsächlich ist aber selbst das bisschen Beteiligung manchen schon zu viel. Diesem wütenden CDU-Rentner zum Beispiel. In der repräsentativen Demokratie steht das Parlament im Mittelpunkt und das darf nicht relativiert werden. Jetzt ist nicht die Zeit für eine Delegitimierung der Parlamente. Oh, mon Dieu! Plebs, der ohne jeden Lobby-Einfluss einfach irgendwas diskutiert. Nicht mal für Geld. Wo kommen wir denn da hin? Fragt Marie Amthornet. Dabei hat die CDU-Legende Wolfgang Schäuble den Bürgerrat doch damals angeschoben. Jetzt tut seine Partei plötzlich so, als wäre das der Tod der parlamentarischen Demokratie. Hier, Warnvideo. Ein ausgeloster Querschnitt der Bevölkerung darf über Ernährung diskutieren. Gewöhnliche Menschen, die im Supermarkt arbeiten oder auf dem Bau. Vielleicht sogar Arbeitslose. Boah, absoluter Wahnsinn. Bleiben wir also lieber beim bewährten System. Das heißt, eine Landwirtschaftsministerin empfängt den Nestlé-Chef und der sagt ihr dann, was die Deutschen fressen sollen. Denn mit Essen spielt man nicht. Hat sich bewährt. Hat sich doch so bewährt. Okay, zur Klarstellung. Natürlich ersetzen Bürgerräte nicht ein Parlament. Die sollten auch kein Vetorecht haben, wie das zum Beispiel der letzten Generation vorschwebt. Aber man darf ja auch mal die Chancen von sowas sehen. Wo trifft man denn in unserem polarisierten Land sonst noch Leute mit einer anderen Meinung? Sowas kann ja auch die gesellschaftlichen Konflikte befrieden. Katjana Gertz leitet im Bürgerrat Ernährung die Arbeitsgruppe Tierwohl. Heute hält sie einen Vortrag über Haltungsstufen. Das heißt, 86% von Supermarktfleisch ist Haltungsstufe 1 oder 2. Also Stallhaltung. Das muss man sich erstmal vorstellen, wie das für einen selber wäre, so den ganzen Tag in so einem Stall. Absolut. Das ist eine Riesensauerei. Sag mal, du isst jetzt nicht eine Beefy, während ich über Tierwohl rede. Ja, sorry. Ich bin unterzuckert. Das ist super gefährlich. Ah ja. Jedenfalls. Bei Hühnern sieht es ja so aus. Freilandhaltung nimmt zwar zu, aber wir haben immer noch über 60% Bodenhaltung. Weshalb der Gesetzgeber... Sag mal, wo hast du jetzt in so kurzer Zeit einen KFC-Eimer her? Lieferando? Wichtig ist uns, dass man im Gespräch bleibt, auch beim Thema Ernährung. Ist Deutschland inzwischen so gespalten, dass gar keine Kommunikation mehr stattfindet? Völlig korrekt. Das sehe ich genauso. KitKat? Ach, vielen Dank. Moment mal. Sie sind aber kein Lobbyist von Nestle, oder? Hm? Kurz darauf eskaliert die Situation. Und zwar über die Frage, was man zum Abendessen bestellt. Okay, okay. Jetzt doch beim Thailänder. Ja, Patei. Viermal mit Hühnchen, dreimal mit Tofu. Moment mal. Ist da Gluten drin? Weiß ich doch nicht! Also, jetzt bestellt jeder einzeln seinen Scheiß. Mir doch egal. Nur Minuten später haben sich bereits vier verfeindete Lager gebildet. Vegetarier, Veganer, Pesketarier und natürlich die Paleo-Fans, die ihr Fleisch wie in der Steinzeit roh essen. Wir brechen für heute ab. Das hat so keinen Sinn mehr. Ich gehe jetzt erstmal nach Hause, damit wir morgen hoffentlich... Wirklich? In einem Innenraum? Kohlenmonoxidvergiftung? Siehst du, das ist genau diese grüne Beformundung, die den Leuten so auf den Sack geht. Vielleicht habe ich einfach Bock auf eine Kohlenmonoxidvergiftung. Kann doch sein. Macht doch. Mir egal. Gute Nacht. Schaut euch gerne weitere Videos an und abonniert den Kanal. Danke! Schaut euch gerne weitere Videos an und abonniert den Kanal. Danke! Oh nein! Eine Zeitschleife! Habt ihr etwa nicht den Kanal abonniert? Hilfe! Sofort draufklicken! Oder ich bin hier für immer gef... Schaut euch gerne weitere Videos an.